Bibi, 29, und Julian Klaassen, 29, schockten ihre Fans mit traurigen News. Das YouTuber-Pärchen gab in der vergangenen Woche bekannt, dass sie fortan getrennte Wege gehen werden. Zuvor gab es im Netz um die beiden eine längere Funkstille und ihre Follower sorgten sich. Dann tauchten allerdings Bilder der Blondine auf, die sie mit einem anderen Mann zeigen. Danach bestätigte Julian das Liebesaus. Seine Noch-Ehefrau gab kurze Zeit später ebenfalls die Trennung bekannt. Die Influencer kennen sich seit ihrer Schulzeit, waren mehr als zehn Jahre zusammen und haben mit Leo und Emily zwei gemeinsame Kids. Single-Death vs. Wellnessurlaub, wie verarbeiten Julian und Bibi ihre Trennung? Die Influencer Dzis-Diesk